So, jetzt habe ich mal das Auto im Stand ein bisschen laufen gelassen, so wie letztes Mal. Und jetzt werde ich nachher mal schnell draufdrücken aufs Gas, ob er noch raucht. Also jetzt bin ich mal schön warm gefahren, das Auto, jetzt steht da ein bisschen im Stand Gas. Und jetzt mal draufdrücken, mal gucken, ob er raucht. Aber ich denke nicht. Hält? Ja. Hält oder fällt? Ja. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr rauchen, nix mehr Öl verbrennen. Ha!